It's on the way. Stand by for Titanfall. It's on the way. It's on the way. Und ja, da war Titanfall. Damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Review-Kommentary bei mir. Ich nenne das jetzt mal einfach so, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, weil das Gameplay ist natürlich nicht von mir. Das ist das bereitgestellte Gameplay, das Respawn den Leuten gibt, die es haben wollen, sagt dem Motto. Kann sich jeder auch natürlich ohne meine Stimme schön auf dem deutschen Channel von EA angucken. Aber es geht mir hauptsächlich erstmal heute um dieses Spiel, nämlich Titanfall. Für mich war es einer der Underdogs der Gamescom dieses Jahr. Und ich muss einfach sagen, das Spiel wurde nicht genug gewürdig. Ich meine, Battlefield 4 ist klar. Es ist viel, viel größer. Es ist viel, viel gehypter. Und Respawn Entertainment ist ein junger, neuer Publisher. Natürlich mit erfahrenen Leuten dabei, wie Mark West heißt der, glaube ich, und Vince Sampela oder so. Wer die beiden nicht kennt, ich hoffe, ich habe die Namen jetzt richtig ausgesprochen und richtig zusammengesetzt. Das sind die Typen, die eigentlich Call of Duty 4 erfunden haben, so nach dem Motto. Das ist Infinity Ward. Das sind sozusagen die Leute, die eigentlich in der Call of Duty stecken. Und die haben sich ja abgeseilt vor einigen Jahren, weil da ja Gelder offen geblieben sind für Modern Warfare 2, die sie nie bekommen haben. Also sie wurden nicht richtig bezahlt und sind natürlich dann gegangen, also haben Infinity Ward verlassen. Da waren ja ganz viele bei und wenige der altbekannten Gesichter, so ähnlich wie Road Bowling, waren zu der Zeit geblieben. Sie haben sich zusammengetan und haben Respawn Entertainment gegründet. Und was ihr hier seht, ist Titanfall, ihr erstes Spiel jetzt nach Call of Duty, so nach dem Motto. Und ich habe mich da in die Schlange gestellt und ich wusste eigentlich nur, ja, es ist so ein futuristischer Jetpack-Shooter, so nach dem Motto. Das war alles, was ich so darüber wusste im Großen und Ganzen. Aber ich dachte mir, das schaust du dir einfach mal an und ich muss einfach sagen, ich bin hell, hell auf begeistert. Und für einige mag das jetzt hier so ein bisschen, ja, sag ich mal, zu futuristisch wirken oder zu overpowered mit den Mechs. Und ich kann euch sagen, es ist einfach nicht so. Ich will erstmal sagen, worum es im Spiel geht. In dieser Mission, die hier gerade ist, geht es einfach darum, Punkte zu machen und sozusagen einen Gefangenen zu verteidigen. Also sozusagen eine Welle der Angreifer nach dem anderen abzuhalten. Das heißt, wenn die Gegner viel zu viele von euch töten, kommen sie ran. Wenn ihr sich zu viele von ihnen tötet, haben sie halt verloren. Im Prinzip Team Deathmatch mit einem Objective im Hintergrund. Also nichts Tolles, aber halt Team Deathmatch in einer Art und Weise. Okay, ich muss jetzt einfach sagen, also das Spiel spielt sich auf zwei verschiedene Weisen. Einmal haben wir hier natürlich die schweren Titans, die natürlich mit super heavy Waffen umherkommen und natürlich ganze Schneisen in die Gegnerhorden schießen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Fußsoldaten, die wie ihr schon seht, sehr wendig sind, sich auf den Titans festhalten können und all so eine Geschichten. Das ist also sehr, sehr, sehr schön aufgeteilt zwischen einem schnellen, mobilen Gameplay und einem langsamen, eher fahrzeuglastigen Gameplay, in dem man diese Titans hat. Es gibt natürlich verschiedene Titans. Es gibt Anti-Titans-Titans. Es gibt Anti-Bodeneinheiten-Titans. Es gibt alles Mögliche an verschiedenen Titans. Es wurden nur drei auf der Gamescom gezeigt. Das waren jetzt die drei, die ich so genannt habe, so gerade in dem Sinne. Bloß natürlich auch bei den Fußsoldaten gibt es auch etliche verschiedene Sachen, Klassenkombinationen etc. Wir haben vorgefertigte Klassen zugesandt bekommen. Ich denke mal, im späteren Spiel, da es von den Call of Duty-Machern ist, wird man wahrscheinlich auch seine eigenen Klassen generieren dürfen. Aber da waren solche schönen Sachen bei, wie zum Beispiel der Sneaky Sneaky Scout, ich weiß jetzt mal den Namen, den die da gar nicht mehr hatten, so genau. Auf jeden Fall, jeder dieser Fußsoldaten-Klasse ist mit einer Anti-Titan-Waffe ausgerüstet, die verschieden gut Schaden macht. Und diese Anti-Titan-Waffen hat also wirklich jeder dabei auf der 3. Man hat zwei Primärwaffen, als dritter hat man immer die Anti-Titan-Waffe dabei. Das heißt, jeder Soldat kann auch wirklich einen Titan fertig machen. Und dank der Mobilität, die dabei ist, ja, wie soll man das so sagen, ist es auch schwer für den Titan, die manchmal zu treffen, wenn man sich geschickt anstellt. Das heißt, es kommt wieder viel auf Skill an, wenn man gegen diese Titan kämpft. Ansonsten, ja, was bleibt dazu zu sagen, die Titans sind halt auch nicht übermächtig. Es gibt halt, die haben zwar ein, zwei Fähigkeiten, können zum Beispiel Rauch legen oder sowas, in der dann halt die Sicht für die anderen Titans beschädigt. Natürlich nicht nur für die, sondern auch für die anderen Fußsoldaten und sowas. Oder der eine Titan hat zum Beispiel auch ein Antigravitation-Feld, kann Kugeln fangen und sie zurückschleudern, aber natürlich nicht unbegrenzt. Das hält nur ein paar Sekunden an. Und dann hört die Ladung auf und wenn man es dann bis dahin nicht weggeschleudert hat, dann fliegt es einem trotzdem alles in die Fresse, nur halt ein bisschen gebündelter. Das heißt, es kann genauso nach hinten losgehen. Alles in allem wirkte das sehr, sehr balanced, als ich es gespielt habe. Ich bin natürlich auch nur als dieser Scout unterwegs gewesen. Ich muss sagen, der hatte zwei Pistolen. Eine, die automatisch schießt, also mit Aim-Bot arbeitet. Lustig ist, es dauert seine Zeit, bis man geaimt hat. Das heißt, da ist dann so ein weißer Faden, der geht dann automatisch auf die Gegner drauf. Egal, bis zu drei Stück, also je nachdem, wie viele im Bild sind. Und dann kann man abdrücken. Und die Kugeln fliegen automatisch, selbst in den unmöglichsten Winkeln, dann auf die Gegner rein und machen Schaden. Problem ist aber, man muss halt wirklich eine Zeit lang zielen. Man muss also wirklich da rumstehen und die wirklich alle drei so im Bild haben, so ungefähr in der Mitte. Und ja, das ist ein kleines Problem. Das zweite, was ich hatte, war so eine schwere, ich nenne es jetzt mal Desert Eagle nach dem Motto, also im Prinzip so eine Bolt Action. Na, Bolt Action nicht, aber so eine richtig dicke, eine mit die richtig dicke Kugeln rausballert, die dann auch mal One-Shot oder Two-Shot macht. Aber das war es dann auch. Und dann eine Anti-Titan-Waffe, also zum Beispiel, ja, so ein bisschen sneaky zu sein. Was ihr hier seht übrigens, ist der normale Assault halt mit seiner Assault-Rifle und sowas. Die haben auch alles Schönes dabei. Es gibt Nahkampf-Kills, die One-Shot sind, also zum Beispiel so ein Kampf-Kick, wenn man springt und V drückt. Ich habe jetzt das nicht umstellen können, also ich rede hier von der Standard-Steuerung. Ich würde zum Beispiel auf E stellen. Es gibt verschiedene Granaten natürlich, wie ihr auch schon gesehen habt und so weiter. Also im Prinzip ist es, es erinnert stark an Call of Duty, muss ich einfach sagen. Gut, es ist von den Machern von Call of Duty, aber ich sage mal so, das hier ist mal wirklich etwas Neues. Also, das, was Call of Duty ist seit Jahren verjährt, ein vernünftiges neues Setting. Jetzt dümpeln sie immer so ein bisschen in der Moderne rum, so kurz oder kurz danach, also jetzt vom Vietnamkrieg bis halt Zukunft immer so ein, zwei Jahre. Aber das hier ist mal wirklich gewagt neu mit den Titans als Fahrzeuge. Es ist super spaßig gewesen, was ich da erlebt habe. Also, ja, also soviel zum Gameplay. Ihr seht es ja hier selber, hier ist jetzt gerade das Antigravitationsfeld, von dem ich gesprochen habe. Das wurde schon gelb bei Rot, dann bricht es kurz zusammen. Dann ist es kurz vor Zusammenbruch und dann ist Sense. Das war für mich so das Highlight-Spiel irgendwie der Gamescom, muss ich ganz ehrlich sagen. Alleine, weil es auch einen guten Eindruck machte, allein von der Präsentation her, woran wir spielen durften. Ihr seht ja unten, hier wird jetzt gerade mit einem Joystick gesteuert, das heißt mit einem Xbox-Controller. Der Witz ist aber, wir haben an PCs gespielt. An diesen PCs lagen sowohl Xbox-Controller als auch Maus- und Tastatur bereit. Das heißt, es wurde schon gleichzeitig entwickelt, das heißt, sonst wird ja immer nachträglich portiert, das kennt man ja. Hier wurde wirklich gleichzeitig beides präsentiert und das spricht eigentlich auch schon vom Zustand des Spiels und wie es gedacht ist. Natürlich ist das hier natürlich, denke ich mal, schon auch Xbox One und so kompatibel. Aber ansonsten, ja, ich freue mich, dass es sehr geil entwickelt wird. Es macht am PC Spaß. Ich denke mir, es wird auch ordentlich Spaß machen an den Konsolen, obwohl ich da ja nicht so der Fan von bin. Deswegen meine klare Kaufempfehlung für Titanfall. Ich habe es auf jeden Fall jetzt schon vorbestellt, jetzt bei Amazon. Kleine Randanmerkung, was ich dafür gelöscht habe, war jetzt The Elder Scrolls, also online, weil Tezo soll monatlich ein Abo kosten und das ist einfach, tut mir leid, das ist nicht mehr 2013 gemäß. Da vertun sie sich, glaube ich, ein bisschen, wie viele Leute da bereit sind für noch zu zahlen um diese Zeit bei den ganzen Free-to-Play-Titeln, die man auch sehr gut, gut, gut spielen kann. Okay, ja, ihr seht hier nochmal, wie man sich aus dem Titan retten kann. Also man muss nicht unbedingt mit dem Titan draufgehen, man kann ihn dann natürlich hier auf den geerischen Titan draufspringen, den auch so zerstören, ohne dann irgendwie die Waffen mitzunehmen und so. Es macht also schon einen Heidenspaß. Naja, das war es im Prinzip von Titanfall, das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich sage an dieser Stelle natürlich wie immer bis denne, euer Tio. Bis zum nächsten Mal.